was geht ab meine liebe freunde herzlich willkommen auf meinem kanal und zwar habe ich letztens überlegt alter wie lang kann wohl mein bad werden ja ich habe so ein bisschen in den spiegel gucken dachte mir boah alter mal ein monat lang nun bad haben wie wird das aussehen habe ich dann so ein weihnachtsmann busch oder keine ahnung deswegen habe ich mir überlegt ziehe ich das mal ein monat lang durch freunde ein monat lang werde ich mein bad nicht rasieren und ja wir wollen mal schauen wie sich das entwickelt und wie das aussieht ja die regeln sind so ich werde hier oben werde ich die haare weg machen und hier unten am nacken auch hier unten am hals und ja und sprich nur hier die barthaare wachsen lassen ja mal gucken wie das aussieht die freunde ich halte euch auf jeden fall auf den laufenden oder besser gesagt ihr werdet das ja so oder so mein videos sehen wie sich das ganze entwickelt wäre cool wenn ihr diese aktion feiert ja das wird nur ein kurzes video dazu sein ich werde euch die nächsten wochen auf jeden fall ein paar updates dazu geben und ja schauen wir mal wie sich das ja mal gucken wie sich das anfühlt freunde weil ich habe glaube ich gehört das fängt irgendwie an irgendwie zu kratzen und dies das und das bockt überhaupt nicht also von daher checken wir das mal ab freunde würde mich freuen wenn ihr am start bleibt und meinen kanal abonniert und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten video peace and